Die Studierenden erwerben vom ersten Semester an praktische Fertigkeiten. Im Laufe des Studiums wird eben dann diese praktische Fertigkeit zunehmend komplexer und detaillierter und begleitet eben die gesamte Ausbildung. In unserer Erfahrung ist dieser frühe Praxisbezug förderlich für die Motivation unserer Studierenden, die eben ihr theoretisches Wissen direkt im Kontext der Praxis erwerben und eben neu erworbene Fertigkeiten direkt in der Praxis anwenden und umsetzen können. Und damit bilden wir eben auch dann Ärzte, Ärztinnen, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus, die, wenn sie fertig sind, direkt in der Praxis eingesetzt werden können.